Was ist der deutsche Maschinen- und Anlagenbau? Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau verbuchte im August einen Rückgang seiner Aufträge um insgesamt 14%. Das Inlandsgeschäft nahm um 19% ab, das Auslandsgeschäft um 11%. Insgesamt bewegen sich Inland- wie Auslandsgeschäft nach wie vor auf einem niedrigeren Niveau. Der Rückgang von 14% im August ist das kleinste Minus seit März in diesem Jahr. Das ist für sich genommen eine gute Botschaft. Man muss allerdings relativieren. Zum einen ist es ein Vorjahresvergleich und die Augustzahlen profitieren von einem äußerst schwachen Vorjahresergebnis. Hinzu kommt, dass es nicht flächendeckend allen Unternehmen gut geht. Wir haben einige Bereiche, die nach wie vor tief in den roten Zahlen sind, während andere die Entspannung in den letzten Monaten schon spüren konnten. Nachdem im Sommer die Unternehmen deutlich positiver, ja fast schon euphorisch in die Zukunft geschaut haben, erleichtert waren, haben sich doch zum Schluss wieder die Erwartungen eingetrübt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Zum Beispiel sind Nachholeffekte auch in unserer Branche bei den Lieferanten von Teilen und Komponenten ausgelaufen. Sie setzen sich nicht fort in dem Tempo. Dazu kommt, Corona greift wieder um sich. Das schränkt uns auch ein bei Servicetätigkeiten, wenn ganze Regionen wieder unter einem Lockdown oder unter Reisebeschränkungen leiden. Und schließlich die Herausforderungen der Vergangenheit. Sie sind ja nicht verschwunden. Im Gegenteil, Corona hat sie teilweise sogar verschärft. Ich nenne hier beispielhaft die Mobilitätswende oder abgeschottete Märkte. Umso wichtiger ist es jetzt, nach diesem politischen Sofortprogramm Maßnahmen zu ergreifen, die nachhaltig Innovation, Investitionen fördern und für freie Märkte sorgen. Vielen Dank.